Bauarbeiten statt Unterricht, wo sonst Schüler Mathe und Deutsch büffeln, regieren in den Sommerferien die Handwerker. Im Obergeschoss der Kooperativen Gesamtschule Rastede an der Wilhelmstraße lässt die Gemeindeverwaltung bis Mitte August umfangreiche Renovierungsarbeiten erledigen. 815.000 Euro werden investiert. Decken, Wände und Böden werden auf einer 1.000 Quadratmeter großen Fläche erneuert. Hinzu kommen viele weitere Renovierungsarbeiten. Untertitelung des ZDF.